aus der tiefen nacht in frankfurt bombys nachtwache wenn im hessischen rundfunk die lichter ausgehen gehen bei bombi die lichter an heute zeigt uns bombi sein herrliches offenbach die positive energie die dieser ort ausstrahlt spürt jeder und zu gast und zu gast in der nachtwache sonja kraus so und dann halt aber alles ganz zusammen und hier ist er jörg bombach einen recht schönen guten abend meine sehr verehrten herren zu bombys nachtwache ich freue mich dass wir einmal mehr heute abend bei ihnen hier zu gast sein dürfen mit dem ersten live quotenmeter des deutschen fernsehens heute abend sollte die quote wieder erwarten einmal nach unten gehen im laufe dieser sendung werden sie etwas erleben was sie noch nie gesehen haben im deutschen fernsehen aber mal sehen sie werden sich wundern